Herzlich willkommen! Herzlich willkommen bei Duxan Photography. Mein Name ist Jannis Dierksen und wir sind jetzt in der vierten Staffel und wieder in Südspanien unterwegs. Und wenn wir hier sehen, vor einiger Zeit hat mich eine junge Dame bei Facebook angeschrieben und sie hat gesehen, dass ich einige Bilder in Südspanien gemacht habe, an einem Ort in der Nähe, wo sie wohnt. Sie wohnt in einem kleinen Dorf. Sie hat mich angeschrieben und meinte, es wäre schön, wenn ich mal wieder da bin, wenn ich für sie auch solche Bilder machen könnte. Und so ist geschehen. Jetzt zu Weihnachten, Neujahr, war ich da und wir haben das einfach mal so parallel ganz easy gefilmt. Ihr seht mich hier, wie ich die Bilder mache und ich zeige euch die Bilder auch direkt im Anschluss. Hier sieht man direkt, wie ich ihr sage, dass sie das Gesicht gerne Richtung Sonne zeigen soll, damit sehr schönes Licht in ihrem Gesicht ist. Ja, also wir haben die Sonne, die kommt jetzt hier von rechts. Man sieht das auf dem Bild mit der Brille. Und gerade weil sehr starke Sonne ist, benutze ich immer gerne Sonnenbrillen, um einfach auch flexibel zu sein und so einen coolen Sommerlook zu kreieren. Und wir sind hier an einer Location. Sie hat das ausgesucht. Ich wusste vorher gar nicht, wie sie aussieht oder wo wir hingehen. Einfach so ab ins Ungewisse, aber es hat toll funktioniert. Und wir sind hier in der Nähe von dem Dorf, wo sie wohnt, auf einem Land. Und hier sieht man zum Beispiel diese große Grünfläche. Im Hintergrund ist es ein bisschen hell. Da sieht man, man hat einen ganz weiten Blick über die Felder und es ist einfach 100 Prozent Natur. Und das wollte ich auch in den Bildern ausdrücken. Und deswegen haben wir auch versucht, viel mit der Umgebung zu arbeiten. Also man hat gerade gesehen, sie setzt sich hier einfach so ins Gras. Also das zeigt so diese Nähe, die Verbundenheit zur Location. Ich fand ihr Outfit ganz toll, weil sie Gummistiefel anhatte. Das passt natürlich super zu so einem Bauernmädchen. Also so vom Style her, würde ich mal sagen, so ein Mädchen von nebenan, vom Bauernhof. Aber doch sehr hübsch und mit diesem schönen Lächeln, dass sie gar nicht so schicke Kleidung braucht, sondern so eine innerliche Fröhlichkeit ausstrahlt. Durch ihr Lächeln zum Beispiel. Ja, wie so ein Mädchen vom Lande, was immer glücklich ist. Und so habe ich sie kennengelernt. Und ich finde das ganz toll. Sie hat hier diese Gummistiefel, dieses lockere Kleid übergeworfen. Man sieht, sie hat gar keine Strumpfhose, sondern wirklich wie so ein Mädchen vom Land. Und das Outfit passt super zur Location, weil wir sind hier auf dem Land. Hier gibt es Ziegen, hier fahren Trecker rum, die Hunde laufen hier rum. Und es gibt ganz viele Felder, wenig Häuser. Und wenn Häuser, sind sie eher älter. Und ich habe hier versucht, ein bisschen auf die Fotosession einzugehen. Gerade eben, dass sie wieder das Gesicht Richtung Sonne zeigt, damit ich das Licht im Gesicht habe. Hier jetzt zum Beispiel mal genau andersrum. Jetzt haben wir hier mit Gegenlicht. Das finde ich auch sehr schön, weil man gerade auch in dem Grün auf dem Boden schöne Lichtreflektionen kriegen kann. Ich habe ohne Reflektor gearbeitet. Oft ohne Blitz. Und man muss dann natürlich in der Nachbearbeitung die Tiefen hochziehen. Weil wir vom Dynamikumfang natürlich bei der Sonne nicht alles auf einem Bild kriegen. Hier habe ich jetzt mal mit Blitz gearbeitet. Hat auch gut funktioniert. Ich finde das ganz toll. Sie hat ihren Hund dabei. Und wie sie einfach da so im Gras liegen und spielen. Und der Gesichtsausdruck, das ist mir immer am wichtigsten. Die Emotionen. Und das hat ganz super funktioniert. Sie hat einfach von ganz alleine war sie happy. Sie hat bisher noch keine Fotoshootings gemacht. Und war deswegen auf der einen Seite nervös und unsicher. Auf der anderen Seite aber auch voller Vorfreude. Und das zeigt sich halt in diesem Gesichtsausdruck. Und sie hat ihren Hund dabei. Wenn man etwas dabei hat, was einem wichtig ist, was man gerne um sich hat, dann ist man auch viel glücklicher. Also mit einem Hund oder mit Familienmitgliedern. Die Mutter war auch dabei. Wenn man solche Sachen dabei hat, besonders beim ersten Shooting, dann fühlt man sich viel wohler. Und ich finde, der Hund ist auch eine tolle, kann auch toll als Accessoire hier gelten, um so diese Verbindung herzustellen zur Location. Ja, wir haben hier diese weite Wiese, dieses Feld. Und mit einem Hund. Und das passt einfach zu diesem Bauern-Style. Und hier auch die Bilder, wo sie auf dem Gras liegt, in den Blumen. Und mit dem Hund spielt. Ja, also ich finde es immer schön, auch das ist bei Paaren, finde ich sehr schön, dass man, wenn man mehr als eine Person hat, dann hat man zwei, die sich, die interagieren können zusammen. Hier haben wir jetzt den Hund, aber auch hier finden wir Interaktion. Das heißt, die beiden spielen zusammen, sie laufen zusammen. Und das ist ganz toll festzuhalten in Fotos. Was auch ganz schön war, ist, hier kam gerade so ein alter Herr vorbei, ein Bauer mit seinem Trecker. Und der hat uns ganz kurz den Trecker zur Verfügung gestellt. Und es sind auch tolle Bilder dabei rausgekommen. Und was mir das wieder zeigt, ist, dass Fotografie auch immer ganz viel Improvisation ist. Also man kann natürlich immer schön planen und man kann sich auch Gedanken machen, was will ich eigentlich für Shots, was will ich für einen Style und was will ich für einen Look. Aber man ist dann in der Situation, wenn man dann das Shooting macht, immer ja auch spontan da und kann auf die Gegebenheiten reagieren. Der Bauer fuhr vorbei, die Mutter hat ihn angesprochen und gefragt. Und so haben wir jetzt hier diese tolle Location mit dem Trecker. Also mehr Authentizität geht ja nicht, wenn wir so einen coolen Bauernlook haben wollen. Also das Mädchen von nebenan, vom Bauernhof, aber auch dieser Kontrast zur Mode. Weil man sieht, die Gummistiefel sind Gummistiefel, die passen super zur Location, aber es sind Designer-Gummistiefel. Und hier haben wir wieder diese Metropole und den Kontrast von dieser Antike und von diesem historischen und langsamen alten Bauernhof und von dem modernen Mädchen, was sie ja ist. Und den Kontrast, den zeigen wir eben in diesen Bildern. Zum einen durch die Gummistiefel, durch das Kleid, auch durch die Sonnenbrillen, die ja doch sehr modern sind. Und durch die Farben, die dann auch mit den Sonnenbrillen entstehen. Ich bin jetzt hier wieder gegen das Licht. Jetzt nutzen wir nochmal die Sonnenbrille. Ich habe immer mehrere dabei, das war ihre eigene. Und so kriegt man meiner Meinung nach immer einen sehr coolen Stil hin. Besonders bei dem Licht ist es schwierig, die Augen so offen zu halten. Und das Bild zum Beispiel finde ich es total schön. Ich brauche da auch echt wenig Nachbearbeitung, weil das Licht einfach so stark ist und die Farben von alleine schon so hell macht und so kräftig, dass ich da wenig nachbearbeiten muss. Ja und das Bild ist einfach, sind tolle Bilder entstanden und ich wusste vorher gar nicht, was passiert. Und einfach in den Raum des Ungewissen gehen mit Enthusiasmus und positiver Einstellung und in der Regel kommen dann immer gute Sachen bei raus. Ja hier verändern wir nochmal die Pose. Der Trecker steht so, dass sie den Rücken belichtet hat von der Sonne. Ich wollte aber ihr Gesicht in der Sonne. Deswegen einmal so. Und das Bein nach oben, das hat so diesen, so einen lässigen Look. Ja es ist nicht so elegant, sondern so ein bisschen rauer, ein bisschen härter. Ja, was eben auch so diesem Bauernstyle passt. Ja das ist dann Mädchen, was auch mal anpacken kann, was mithilft. Und sie hat so diese coole Pose, was auf der einen Seite so eine Männerpose ist, aber auf der anderen Seite dadurch, dass sie sich auch in die Haare fässt, wieder so dieses weibliche Elegante darstellt. Man sieht hier mein Objektiv. Ich habe das 70-200er, das Canon-Objektiv. Benutze ich sehr gerne. Hier ist es sogar jetzt nochmal so, dass die Tiere hier rauskamen und wir wieder eine Situation haben, die wir absolut nicht planen konnten. Wo wir einfach mit der Situation arbeiten und improvisieren. Und das ging jetzt relativ schnell. Aber es sind ein paar schöne Bilder entstanden, wo wir die Tiere auch im Hintergrund haben. Und für sie ist das natürlich toll, weil sie kommt von dem Ort und hat so für sich tolle Bilder, für die Stadt tolle Bilder, für die Freunde. Und es war ein tolles Shooting und wir haben ehrlich gesagt vier Shootings gemacht. Das war das erste. Und wir schauen uns jetzt einmal die Bilder in groß an. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.